Oh, dich schubsen wir doch glatt runter, oder? Und tschüss. Scheiße, zu spät. Okay. Also, warten, bis es wieder runterfährt. Jetzt. Okay, das Ding ist da. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt. Nee. Warum? Immer beim zweiten Mal springt sie schief. Warum? Gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Liebe Pokémon-Profi, ich wünsche alles Gute nachdrecklich. Ich verstehe nicht, warum das so komplex für die Faith ist, da mal vernünftig rüber zu switchen. So Faith, ich mach das kein viertes Mal, also mach keinen Unsinn jetzt. Verdammt, Krugasek hat mitbekommen, dass sie aus dem Busch ist. Wir haben eine Patrouille zum zweiten Hub geschickt. Den können wir nämlich einfach gleich instant erledigen. Dich schubsen wir da runter. Wo bist du? Hier. So. So. Wie wärst du mir das einfach so machen? Wie wärst du mir hier einfach gar keinen Walljump mehr machen? Wow, super gefährlich. Alter, super gefährlich. Komm, war runter. Holy shit, okay. Huh, wir haben es geschafft. Ich bin beim zweiten Hub. Die Verbindung müsste jeden Moment stehen. Das war super gefährlich gerade. Perfekt. Ich habe es ein bisschen mehr Zeit verschafft. Okay, einer noch. Alles klar. Let's go. Auf geht's. Den letzten schaffen wir auch noch. Zweie Minuten Zeit. Also wir haben ein bisschen Zeit obendrauf bekommen. Geh mal davon aus, dass auch dieser bewacht sein wird. Ich habe gerade mal kurz geschaut, wo ich überhaupt hin muss. Auf, 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 auf. Ah, da ist er ja schon. So, und wie kompliziert ist der jetzt? Ist das jetzt gemacht? Fährt das auch wieder hoch und runter? Oh ja, fährt das noch langsamer? Okay. Jetzt ist halt einfach nur alles zusammen. Quasi. Ich muss das Ding erst mal aufmachen. Oh, jetzt hält das wieder hoch. Komm, komm, komm. Oh, ich hänge schon oben, ich hänge schon oben, ich hänge schon oben. Okay, ich habe es. Wuhu. Sehr gut. Den Spruch habe ich irgendwie vor ein paar Tagen erst auf Twitter gehört. All dem, die erst mal eine Weile vom Grid fernhalten müssen. Alles, was ich tue, hinterlässt Spuren und früher oder später wird die Gridwashed befinden. Das ist fast selbst ein Idiot. Ich muss es. Ich muss mich in einen Hinterhalt locken. Ach, dass du da wegkommst, Faith. Äh, ja, wegkommen. Ich hänge hier fest. So. Ihr könnt mich alle mal. Tschüss. So, einfach laufen. Ich gehe gleich da hinten in die Tür rein, wenn ich das nicht gesehen habe. Äh, ne, nicht in die Tür rein. Aber wir sollten. Dann könnten wir nämlich vom Heli verschwinden. Und dann ist das Thema eigentlich gelaufen. Wer schießt denn da immer noch? Au. Lassen wir hier in Frieden. So. So, hier sieht mich kein Mensch. Läuft. Die sind sehr schießwürdig. Deswegen müssen wir auch jetzt unbedingt hier uns verstecken. Das geht mir doch noch drauf, Mensch. So, jetzt ist aber Schluss. Das haben wir. Der Heli rafft das eh nicht. Ich sehe. Sowieso nicht. Hallo. Wer zweifelt denn bitte? So. Ähm. Ist jetzt dann die nächste Aufgabe direkt hier in der Nähe? Äh, Gott. Wo sind wir denn? Hier. Würde ich sagen, ab zu Plastics Versteck und dann geht's ab zur Shard. Treffen aber kein Jointor. Hallo, doch. Sie haben mich schon ab und an getroffen. So ist es ja jetzt nicht, ne? So, hallo Plastic. Ich hab richtig Bock auf die Shard. Richtung Main. Final Mission, baby. Plastic und Dr. Mera haben den Reflection Virus fertiggestellt. Mit ihm kannst du Krugas Reflection Projekt zerstören und nicht nur Icarus und Dr. Mera, sondern auch Millionen andere Bürger in Glass vor der emotionalen Versklavung zu bewahren. Begibt ich in Plastics Versteck und nimm den Virus an dich. Dr. Mera und Plastic werden wissen, was das nächste zu tun ist. Na siehst du, das klingt doch ziemlich finallastig. Grundsätzlichkeitsprüfung initialisiert. Ermutige ihn doch nicht. Ich habe geschafft. Na, Hauptsache er ist beschäftigt. Ist er bereit? Ja, ist er bereit. Sagen wir das nicht? Es gibt eine Konsole im Hauptkontrollraum der Shard. Lade den Virus dort hoch. Er wird das Trägersignal dauerhaft unterbrechen und so die Reflection Maniten deaktivieren. Du musst einfach nur ganz nach oben. Der Rest regelt sich von allein. Mehr oder weniger. In das Spiel. Genau. Das wird der größte Runner der Zeit. Was? Oder mein Tod. Na, dann gehen wir es mal an. Noch einen letzten Rat? Nicht sterben. Ich schließe mich an. Das ist unsere Chance, Reflection in Keim zu ersticken. Also. Los, Kleine. Bleibt uns alle. Also. Der größte Run aller Zeiten, ne? Der größte Run aller Zeiten. Shit. Das wird eine super spannende Geschichte. Sorry, aber für euch gibt es heute keinen Bonus. Ich bin weg. Wo müssen wir hin überhaupt? Oh, ist ja nicht mehr. Der Zug bereit zu stellen, Faye. Erwartet an der Transitstation. Zephyr auf dich. Mach dich fertig steuern. Wir haben außerdem die Sicherheitssysteme deaktiviert. Du solltest die Shard also ohne Zwischenfälle erhaken können. Ja, starte. Nein. Einfach deaktiviert. Das trifft sich ja eigentlich ganz gut, oder? Perfekt. Also, einmal ganz nach oben, wenn ich das richtig verstanden habe. Der größte Run aller Zeiten. Ups. Das war die falsche Tasse vielleicht. So. Die Shard. Es ist soweit, Leute. Du hast den Virus und weißt, wohin du musst. Ins oberste Stockwerk des höchsten Gebäudes in Glass. Also ganz, ganz, ganz nach oben. Der größte Run aller Zeiten. Doch was wird dich dort erwarten? Wird Kruger dort sein? Deine Schwester? Wird der Virus funktionieren? Reflection muss aufgehalten werden. Und du hast dich entschieden, alles zu riskieren. Und genau das zu erreichen. Für deine Freunde, für alle die Mitarbeiter da draußen, Entschuldigung, die sich nicht einmal bewusst sind, in welcher Gefahr sie schweben. Und für Noah. Die neuesten Zahlen zufolge haben sich inzwischen beinahe eine halbe Million Mitarbeiter für Realität angemeldet. Und Zehntausende haben es bereits erhalten. Wir sind voll der Erfolge. Es bringt den Grid total durcheinander. Reflection wird vieles durcheinander bringen, wenn wir es nicht aufhalten. Nicht zuletzt die Mitarbeiter... Au! What the fuck? Holy shit! Habt ihr das überlegt, dass? Irgendwie raffe ich nicht, dass das immer rechts ist. Oh, das sieht aber schön aus. Hallo, Lukas. So kommt man da also hin. So kommt man da also hin. Was Klassiker mit sagen will ist, dass es ihr gelungen ist, auf einige Nachrichten drohen zuzugreifen. So kann ich mich bis ganz nach oben begleiten. Und ich kann sie nutzen, um einige Funktionen des Gebäudes zu hacken. Die Aufzüge und sowas. Es sieht aus, als würden sie die Leute evakuieren. Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass ich die Schäden beheben lasse. Bleib in Bewegung, aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist glücklicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu tragen. Okay. Na bitte. Es geht aufwärts. Und los geht's. Ach du Scheiße. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist ab. Ach echt, da hältst du dich nicht fest? Einen Ernst, ich muss den Wallrun machen, weil sie sich da nicht festhalten kann? Na von mir aus. Oh man. Erreiche die Spitze. Das wird nach. Höchster Run aller Zeiten. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Im Moment kann ich schon mal der größte Teil des Gebäudes mit dem Aufzug fahren. Werden wir jetzt Aufzug. Okay, ja, ich bleib beim Wallrun, ist okay. Ich bleib beim Wallrun, versprochen. Ich bleib beim Wallrun. Übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich könnte es kaum erwarten, Reflection endlich aus meinem Körper zu fliegen. Wir funktionieren das nicht, Icarus. Der Virus wird das Trägersignal verbrechen, wo die Nachrichten deaktiviert werden. Sie bleiben aber weiter hin und hier. Was ist, wenn Sie das Reflection Trägersignal abschalten, bevor ich dort bin? Soweit wir es von hier aus beurteilen können, rechnen Sie weiterentwickeln mit dem Einstürz des Gebäudes. Es sind zwar einige Leute geflohen, aber die meisten bleiben offen. Ja, weil die dämlich sind. Ja, weil die dämlich sind. Ja.